Und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu Part Nummer 9 von Super Mario Odyssey. Wir sind jetzt hier im Forstland. Heißt auch Forstland. Und jetzt geht's hier weiter. Äh, ja. Ich muss auch kurz aufs Handy schauen. Nein, du Spaß. Nein, okay. Ich kann nicht übernehmen. Was zur Hölle. Muss ich jetzt schauen, wie ich hier hochkomme, Alter. Okay, ich kann mir so hochkomme. Alter, was ist hier denn los? Wer snappt mir denn hier? Eure Maul? Nee, siehst du, weiß ich. Wieso ist das hier? Wie, wie, wieso? Ne, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, jetzt geht das aber mal auf. Bin ich jetzt wieder oben? Sag mir einfach ja. Ja. Oder bin ich ganz woanders? Ich bin, glaube ich, ganz woanders einfach. Lol. Wo bin ich? Oh, Spaß. Aber hier ist ein Mond. Einer schon mal mehr. Hier geht's aber nirgends mehr weiter. Ich will hier aber auch nicht runter. Hier runter will ich nicht. Aber wie komme ich da wieder hoch, wo ich vorher runter bin, ist die Frage. Ich muss mir das mal kurz auch mal anschauen. Und ich würde mal interessieren, wie ich das hier anzünden kann. Weil du chillst ja hier unten. Ich kann dich nicht übernehmen. Das ist der Dreck. So. Wo bin ich denn runter geflogen? Bin von hier oben runter. Was war hier drüben? Alter, halt doch dein Maul. Ich will da wieder hin. Ich will hier nicht in den kompletten Kreis laufen. Ich schätze aber, das muss ich. Ich will mir aber auch... Wie viele... Ich habe 52. Okay, sehen wir hier. Ich will mir aber auch die hier holen, weil die sehe ich dann nicht. Ach, Jolo. Ich gehe da jetzt einfach runter und hole mir die mal kurz. Dann laufe ich hier jetzt entlang. Ne, gehe ich jetzt wieder Richtung Odyssey. Ja, falsche Richtung, okay. Falsche Richtung. Dann gehe ich hier jetzt rein. Ja, dann bin ich hier schon wieder richtig. Weil hier wollte ich hin. Dann hier jetzt wieder hoch. Wenn das Spiel das denkt, damit der jetzt besser ist, wie auch immer ich hier hinkomme. Okay. Okay, ich kann das unterm springen schießen. Ja, das ist wahrscheinlich mega die Skillarbeit dahin zu kommen. Oder es gibt eine... Ich glaube nicht, damit ich hier irgendwie anders hinkomme. Was ist mit dir hier eigentlich? Alter. Hi. Ah, wie komme ich zu dir? Ich will zu dir. Ich muss zu dir, Bratan. I need a big tower. Ach so. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Aber nicht sterben, du Spast. Ja, nicht sterben. Gut. Und jetzt kann ich hier hoch zu dir. Hi. Hi. Ah. Sex. Alter, was hast du für Probleme? Nice. Gut. Das war jetzt toll. Alter, wie viele Monde haben wir eigentlich schon drüber? Ich will es ja ehrlich gesagt nicht wissen. Aber... Ich werde das jetzt nochmal versuchen. Das geht aber so nicht. Da muss ich... Ich glaube, da brauche ich... Das ist ja hinten überhaupt. Ich weiß es auch nicht. Ich traue mich nicht. Ich glaube, es ist halt echt ein Mond. War das dir, den ich gesagt habe? Wenn ich gesagt habe, da ist vielleicht einer. Jetzt geht doch rechts ein bisschen, du Spast. Gut. Nein, nicht runter. Der Mond holt jetzt heute den Mond. Ha. Noch ein Mond. Viel zu viele Monde. Wie viele Monde wir hier einfach schon haben, langsam. Viel zu viele, ehrlich gesagt. Halbzeit, sehr gut. Ähm... Was ist denn hier los? Ach, das kann wir ja so auch zerstören. Ah, ein Herz. Nein, okay, das brauche ich ja gar nicht. Ähm... Warte mal. Mal ganz kurz für... Dummeleite zur Untersuchung. Das ist hier. Ah, okay. Aber das ist hier hinten. Okay, da kann ich nicht hin. Gut. Was ist das? LOL. Oh Gott. Was ist das hier? Warte, was wäre, wenn ich hier jetzt noch weiter hochgelaufen wäre? Wäre noch irgendwas gewesen? Ich will es jetzt versuchen. Ich habe ja noch genug Versuche. Lassen Sie mich hoch. Ja eben, ich kann hier hin. Was ist... Was ist hier denn überall? Oh. Okay, ich kann das so zerstören. Gut. Und jetzt... Und jetzt... So. Sterben Sie alle, bitte. Responde hier auch? Nein. Tut er nicht. Ich habe bald 1000 Münzen. Dann kann ich mir diese dreckige Shorts kaufen. Lass mich nicht! Okay, der Panzer ist aber hier. Du Spastika! Warte, wann hier zwei jetzt noch mal haben wir, Bruder? Habibi! Bratan! Spast! Und jetzt will ich hier aber hoch und die Dings holen. Sehr gut. Nein! Okay, dann halt so. So. Nein, nicht ganz runter. Oh Gott. Das ist alles nicht so einfach, wie man denkt. Warte, wo sind hier noch... Wo ist hier noch was? Nur noch du? Gut. Dann weiter. Habibi! Stopp! Haltst du auf? Du Spast! Naja, du Spast! Du eh da oben genauso. Ich habe tiefe Probleme. Ist eigentlich alle kernbehindert. Bist ihr kernbehindert? Was zur Hölle? Der killt mich einfach. What? Ich habe mich eigentlich alle verarschen. Wie geht der nach vorne? Halt mal die ganzen Münzen. Nein, hau dich da rein. Sei der Panzer. Du Spastika. Ihr Spasten. Ich hasse euch. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich treffe dich, weil die Feuerbälle ein bisschen verwirren. Ehrlich gesagt. So ein bisschen verwirren die halt schon. Du stirbst jetzt da. Du Spast. Ich habe dich zwar schon längst getroffen, aber sagen wir es keinen. Spasti. Ich werde dich sowas von zur Strecke bringen. Ich habe schon wieder nur zwei Leben. Das wird jetzt wieder hart. Stopp. 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 Du da oben auch. Stopp. Du da hinten. Ihr da hinten. Was ist das mit euch? Ich bin doch euer Freund. Was ist das denn hier? Mich alle verarschen? Warte ich immer euer Freundin. Dann killt er mich ein. Wollte mich killen. Ihr killt mich. Ihr habt mich gekillt, aber... Ja. Alter, wie lang sind wir eigentlich schon hier in dem Königreich? Das ist mega groß. Und ich habe schon mega lang... Alle 60 Monde. Kann ich hier dann links auch nochmal hoch? Ein Versuch ist es noch wert. Ich habe hier aber noch mehrere. Aber ja, sagen wir es keinen. Gut. Nein, das geht nicht. Es geht... Ich konnte nur hier hoch. Hey, ich habe das doch schon markiert, oder nicht? Könnte ich hier hoch? Ja, doch geht. Ich schieße euch schon wieder alle... Ich... Sie schießen schon wieder mich ab. Was ist denn mit euch? Gut. Sechs Herzen. Sonst ist hier nichts. Nein, 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 nein. Warte mal kurz raus hier. Oder bleib hier drin, warte mal kurz zurück. Ich kann ja gar nicht mehr runter, okay. Ach, fick dich! Mal weg hier. Ich muss mal kurz was nachschauen. Nämlich. Alter, geht's hier ab auf... Hier geht's hier ab. Jüngst. Jüngst. Aber ja, egal. Fortsetzen. So. Ich brauche dich doch gar nicht mehr. Ich brauche dich doch gar nicht mehr. Was labere ich eigentlich? Verpiss dich. Ich brauche nur den Mond. Oder wo ist denn der? Warte, wo hat das denn geleuchtet, hä? Oder brauche ich dich doch noch? Also, ob jetzt wieder alle drei hier sind. Nein. Nein. Ich glaube, ich muss hier einfach alle drei Bowser-Dinger treffen. Yo. Yo. Und jetzt geben sie mir einen Mond. Danke. Floppte, du. Hallo. Gut. Geht es jetzt noch weiter, oder war es das jetzt? Es geht noch weiter, oder? Als ob. Verteidige das geheime Blumenfeld. What? Als ob. Wie viele Monde habe ich jetzt schon? Ja, toll. Weiter geht's. 19. Ich brauche das 16. Gar nicht so viel drüber, aber trotzdem. Wir sind halt trotzdem. Alter. Geheimes Blumenfeld. Oh, ich gebe dir ein Herz. Gut. Was zeigt, bist du da vorne für... Was soll ich jetzt genau tun? Wo ist denn mein Freund? Der ist auch weg, oder? Okay, hinten bist du. Jetzt kommt er her. Oh. Oh, rip. Blumen, 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 muss ich alle Blumen haben. Leg dich nicht mit mir an, zwei Beine. Oha. WTF. WTF. Ehef. Verpiss dich. Verpiss dich. Nein, runter. Verpiss dich. Du Sport. Pam. Du Sport. Das ist mega nice, Zug zu kämpfen. LOL. Was hast du denn jetzt? Jetzt hört er auf. Halt dein Maul, alter. Jetzt bist du aber ein bisschen... Doof, 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 doof. Nein, treff doch wenigstens. Ich würde es halt gerne treffen, aber das ist nicht ganz einfach. Zwei, komm, drei noch. Gut. Nochmal. Pam. Genau so. Ja, komm noch einmal, oder? Sollte das gewesen sein? Aber... Piss dich. Ich habe eh noch genug Leben. LOL. Okay, das ist aber alles einfach. Das ist alles das gleiche, ehrlich gesagt. Ah, ich wurde aber auch mal getroffen. Nein. Pam. Komm, noch ein drittes Mal. Einfach so treffen. Pam. Komm schon. Easy. Gibt es jetzt noch mal Multimund? Nochmal. Was zur Hölle? Aber nice. Sehr gut. Läuft. Definitiv. Ich frage es, ob wir jetzt das Ganze haben. Ja. Wir sind jetzt am Anfang. Die wollen das vergehen. Hm, es duftet nach Blumen. Ja, toll. Ja, alles ist wieder toll. Willkommen. Was kann ich ihr denn noch so kaufen? Ich würde gerne erst mal dich hier kaufen. Ja, jetzt zieht dich halt gleich um auch. Kaufe ich noch. Den Doktor Kittel will ich ehrlich gesagt nicht haben. Deswegen kaufe ich mir noch ein paar Dinge von hier. Beziehungsweise glaube ich alle. Ja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich kaufe einfach alle. Gut. Das heißt, wir fehlen noch 45. Eigentlich. Na, das sind eh noch viele. Es gibt ja definitiv noch Dinge, die ich machen kann. Oh, danke. Ich sehe nice aus. Denke. Ich würde sagen, jetzt heißt es. Die Odyssey weiter. Füllen. Sehr gut. Alter, wo geht's denn jetzt hin? Wir können jetzt im Zieland reisen. Vielleicht spüren wir Bowser dort auf. Hä? Dein Ernst? Da konnte ich doch vorhin schon hin. Ja, egal. Egal. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, dass es das mit dem Part hier war. Wir machen im nächsten Part weiter. Wir sind jetzt hier beim, wir haben jetzt vieles gemacht. Wir schauen jetzt in Wüstenland nicht nach, ob ich noch irgendwo was machen kann. Gehen wir gleich weiter einfach in Zieland. Weil ich denke nicht, damit ich hier im Hutland könnte ich halt nachschauen, aber ich glaube auch nicht, damit ich da unbedingt zu viel finde. Im Kaskadeland, da habe ich halt schon nachgeschaut. Ja, deswegen fangen wir im nächsten Part mit dem Zieland an. Und ich würde sagen, was ist mit dem Part? Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. SuiteSheil